Ich wünsche jedem Zuschauer da draußen einen wunderschönen guten Tag und wir starten jeden Moment mit dem ersten Stream unseres Adventskalender-Türchens. Das hier unten, Freunde, ist der Gesamt-Timer, den wir immer mal wieder sehen werden. Und am 24. Dezember sollte dieser Timer auf 100 Stunden düsen. Ich muss erst mal meinen Controller mit dem PC verbinden. Oh, ich hab so Angst. Ich hab so Angst, dass ich jetzt so hardcore weit zurückgesetzt werde. Ich hab so Angst. Jo. Kann es sein, dass richtig viel gespeichert wurde? Schaut mal auf die Karte. Da sind übelst viele Räume schon besucht. Oh, haben wir Glück. Ah, bis zu dem Mittelraum. Bis zu dem Ort, wo wir, glaube ich, Game Over gegangen sind. Okay, ich glaube, wir müssen fast gar nichts nachholen. Aha, genau. Und hier ist letztes Mal das Spiel abgeschmiert. Als ich durch diese Tür gegangen bin. Warte, ich setze mir in Safe State. Hier ist letztes Mal der Stream abgeschmiert. Genau, als ich durch diese Tür bin und wieder zurückgegangen bin. Oh, lol. Einen Container sogar. Irgendwann wird YouTube Livestreaming-technisch schon nochmal in die Pötte kommen. Und dann freuen wir uns, dass wir uns in keinen Vertrag haben reinziehen lassen, sondern genießen dann einfach unseren Fame auf beiden Plattformen. Und ich meine, es ist doch fucking cool, dass wir einfach so eine aktive Twitch-Community sind und kein Partner sind. Und das ist doch der größte Flex aller Zeiten. Ja. Lol. Jetzt haben wir alle Steine. Bringt mir das was? Oh, Epona. Was machst du denn da? Epona steht einfach seit Ewigkeiten. Aber ich bin ja wieder hier. Ich war nur kurz Kippen holen. Schon mal überlegt, einen Charity-Advent zu machen. Ich habe mal darüber nachgedacht, so wie David, einen Spendenmonat zu machen. Und wahrscheinlich würde am Ende des Tages auch ein höherer Geldbetrag bei Rom.com. Aber Hubi Charity lebt einfach davon, dass es so ein begrenztes Event ist. Dass du halt wirklich einfach diese 24 Stunden hast und es sind nur diese 24 Stunden. Das heißt, du hast einen Anfang und ein absehbares Ende. Und in der Zeit ist einfach nur absolute Eskalation und absolut geiler Vibe. Und es ist so geballte Energie in 24 Stunden. Das bekommst du in so einem Spendenmonat niemals zusammen. Und letztes Jahr waren es 56.000, die wir in 24 Stunden gesammelt haben. Das muss ich dir einfach mal vorstellen. Wenn 100k zusammenkommen sollte, mache ich einen Monopoly-Stream, ja. Aber das sage ich nur, weil ich weiß, dass es nicht passieren wird. Jetzt kommt die da, ja, mal gucken und so. Aber nein, also 100k ist sowas. Also wirklich unironisch unmöglich. Das wird nicht passieren. Ich will gar keine Erwartungen an Hubi Charity stellen. Weil sobald man anfängt, Erwartungen zu stellen, wird man enttäuscht. Und das ist ein Event, da ist Enttäuschung das Letzte, was du empfinden solltest. Da drüben ist eine Flasche, oder? Ist das eine Flasche? Ich meine, wir brauchen sie jetzt nicht unbedingt, aber Flaschen sind coole Items. Komm, irgendwas, womit ich einen Dungeon machen kann. Jawollo! Na, scheiße, es reicht mir. Aber es ist wichtig, aber es reicht mir noch nicht. Und die Prelude des Lichts. Okay. Fäden sind einfach immer Free-Item abholen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab das noch nie gesehen. Chat, wir machen das. Wir spielen den Schattentempel ohne Auge der Wahrheit. Let's go. Was müssen wir dafür tun? Wo ist der? War der im Brunnen? Nee, ne? Friedhof? Ja, dann Feuer frei, oder? So. Danke, Bruder. Das ist die beste Skuld der Belohnung meines Lebens. Ich glaube auch, dass sich die Leute auf BOTW 2 zu überhypen. Weil BOTW 1 hatte diese geisteskranke Spielerfahrung, weil du zuvor in deinem Leben noch nie mit so einem Spiel konfrontiert wurdest. Jetzt weiß man schon, wie ein BOTW funktioniert. Das heißt, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird BOTW 2 niemals dasselbe Gefühl wie BOTW 1 auslösen. Und dann sind bestimmt Leute enttäuscht. Das wird gruselig, Freunde. Das wird gruselig. Wie alt schätzt du deine Community im Schnitt? Ich glaube, ich hab eine massive Bandbreite. Aber der Schnitt wird sich wahrscheinlich irgendwo bei 16 finden. Wie gesagt, wir haben einen sehr großen Durchschnitt. Also ich glaube halt, dass teilweise meine schnell geschnittenen Gaming-Videos definitiv eher die jüngeren Zuschauer ansprechen. Ich glaube aber auch, dass ich einfach eine Art und Weise habe und häufig, ich sag mal, Ironie verwende, die jetzt vielleicht nicht immer direkt zugänglich ist. Und dadurch, sag ich mal, spreche ich vielleicht auch etwas erwachsenere Leute an, die quasi mit der Ironie und dem Sarkasmus eher was anfangen können. Ich glaube, dadurch habe ich einfach so einen riesen, riesen, riesen Schnitt. Hey, ihr seht's im Chat. Irgendwo so zwischen 30 und 13. Aber das finde ich auch cool. Also das macht es halt auch so spannend. Also ich finde es sehr nice, auch für jüngere Zuschauer Videos zu machen. Weil ich da einfach das Gefühl habe, dass ich da vielleicht noch sogar ein bisschen was, was weiß ich, erreichen kann. Also ich meine, ich habe auf jeden Fall nicht die Weiße mit Löffeln gefressen. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Aber ich hoffe einfach, dass ich quasi jüngeren Zuschauern ein bisschen was mitgeben kann. Aber auch erwachsenere Zuschauer finde ich geil, weil ich auch von denen noch was lernen kann. Ich liebe es, diesen sehr krassen Schnitt im Alter zu haben. Das gibt mir persönlich sehr viel. Oh wow, das waren ja wirklich die besten Truhen, die ich jemals bekommen habe. Oh, das ist quasi nicht machbar, glaube ich. Sind hier nicht bewegliche Plattformen? Boah, das werde ich nicht schaffen. Okay, so nicht. Jawoll! Geiler Dungeon, aber die Ausbeute ist bisher halt komplett Panne. Äh, was geht hier ab? Ach, das ist... Ah, scheiße, hier komme ich nicht weiter. Hier bräuchte ich die Eisenstiefel. Ach nee, das ist nur ab und zu immer so. Okay, Moment. Ich muss warten, bis der aufhört zu pusten. Jetzt, 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 jetzt. Jawoll! Oh Gott, hier ist noch einer. Imagine, du bekommst in der nächsten Truhe die Eisenstiefel. Ich würde mich freuen. Da kann ich nämlich den Wasserdungeon machen, glaube ich. Ha, da. Digga! Alter, es ist einfach, es ist einfach Kuschel-LP. Das ganze Design dieses Dungeons ist so episch. Aber die Bewegung von diesem Schiff ist einfach so lächerlich. Hui! Das Baby muss geschaukelt werden. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Wir haben heute noch kein wirklich sinnvolles Item bekommen, außer Dins Inferno. Ich meine, das hat uns hier den Dungeon ermöglicht, aber das ist halt auch nur möglich, weil ich euch habe. Puh! Boah, da, da, äh... Boah, ja, da muss ich mich schon krass im Griff behalten, dass ich jetzt nicht schreiend aus meinem Stuhl aufstehe. Wir haben einfach eiskalt das legendäre Deku-Schild gefunden. Boah, Mensch, damit wird sich jetzt die Rando um 180 Grad drehen. Ja, aber ich, ich werde Game Over gehen. Ich, ich gehe mit zwei, Dreiviertel Herzen zum Boss. Da wird nicht viel passieren. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Boss funktioniert. Pfeil, okay. Kann ich die Hände kaputt machen? Äh, what? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss. Enterhaken geht auch. Okay, ich probiere Enterhaken. Ich kann den Enterhaken nicht schießen, weil ich immer so wackele. Alter. Junge, die Steuerung vom Enterhaken, während man auf so einer wackelnden Trommel steht, ist so beschissen. Zack. Zack, okay. Aufgepasst. Ungefähr hier. Ne, hier. Ja! Jawoll! Woo! Danke, Deku-Shield. Du bist das Beste. Oh, wow. Ich habe heute nur Herzteile gefunden, oder? Außer diens Inferno habe ich doch heute nichts Sinnvolles gefunden. Es war ein reiner Trash-Rando heute. Jawoll! Yes! Bam! Let's go! Feuertempel steht! Let's go! Aber, Freunde, an dieser Stelle machen wir in diesem Sinne. As you can see, wir haben, würde ich sagen, gut vorgelegt für die 100-Stunden-Challenge. Und wir sehen uns morgen wieder. Mit blonden Haaren. Alter, ich werde morgen Vormittag blond. Ich freue mich drauf. Haut rein! Auf Andreessen! Oh, wow. Ein șterIEger! Nicht das an derse. Ich martier. Auf sein stacked. Er. Gut. Auf? Ja, danke.